und da sind wir wieder die Brüder mit einem neuen Part von Leser so mit der Beschreibung da wisst du alles also ja was das war ja ja wie immer euer Lieblingsprojekt wir kennen uns alle ja genau letzte Quest für den heutigen Tag und das ist irgendwie die äh keine Ahnung wie viel Quest ist das auf jeden Fall die eine viele also eine eine wir bringen uns heute bei wie man einen Uragan fängt rock'n'roll ja das kann ja sehr sehr witzig werden also ich hab noch ein bisschen Lunchpaket Vorräte bei ähm ja ich nehm mal die simple Falle mit und Kaltgetränke kann ich nicht mitnehmen schade ähm wir müssen vorher erst nochmal kurz farmen und zwar versuchen wir nochmal Dönerkäfer zu farmen wobei das eh nicht klappen wird da bläst einer ein Horn das ist sehr nett so lange der bläst aber nicht nochmal oder nein er bläst nicht nochmal ein Zorn das ist schade drum so dann also ich würde das ist doch noch Kälfer nicht doch die muss es hier geben doch klar gibt es die ja Tundor und nicht hier Tundor Flutwald Prozent die ja auch und unsere Kiefer mehr denn die uns nicht weg was hat der für ein Schwerd das schwert das ich haben will ist das ein Update hier von ist es nicht ach das ist die Donner Ding das ist das Döner Schwert ja genau Döner Kiefer wird bei Monsanto im Chat zensiert ja genau das haben wir heute herausfinden können Döner Kiefer Döner Kiefer wird zensiert Wurm erhalten Wahnsinn zeigt den Episch Null Kahn los zeigt zeigt uns zeigen uns zeigt dass die Episch Null Kahn das ist sie ist heute aus dem Mond und da sollte jemanden macht Menschen draus setzen verstehst du jetzt was ich meine Melo ist da Achtung Achtung kleine Kackbratze auf 11 Uhr kleine Kackbratze ist jetzt erst mal im Arsch Kleine Kackbratze kommt die nächste Hörger die ist gerade auch gut da wir andere Monster sehen wort gerade das ja das ist halt dieser schlechte Online-Service ich weiß gar nicht wie das bei den großen Monster schaffen wenn ihr das bei Minions nicht schaffen wie schaffen jetzt dann bei den großen großen ist halt so bei den großen da ist halt so ja ist klar haben wir den Uragan gemacht ja ne ja wir haben ihn gekillt stimmt wir haben ihn heute schon einmal getötet so und drachen die Erz brauchen wir leider doch noch ein bisschen hier hat direkt mal bekommen erweiterte Rüstkugel das ist geil Erdkristall das ist nicht so Knorke ich geb mir mal vernünftige Sachen nicht nur so ein Dreck Eisenerz jetzt will er mich aber jetzt wollte er mich grad das doch wieder so hoho da wollte ich glaube ich ihm was geben wer wollte mir was geben heute sollen wir jetzt das und wir sind jemanden verloren die Menge wobei das kann sein so einmal drachen die Erzbitte noch weil ich weiß nicht hatten wir sieben viele weiß was gut ist einfach nach dem was der Notizblock zumal das du zockst doch hier ja alles klar wir haben genug für was nochmal für mein Langschwert ach ich hab ja grad das voll voll Langschwert ausgerüstet ne aber ich will mein eigenes Langschwert haben du willst dein Dondon Langschwert mein Dondon Langschwert genau das was der Elias hat mein Blitzblitz Langschwert ne was der der Kern der hat ein Wasser Langschwert irgendwie ist der Uragan größer ja komm schon mal vor tot ne nicht tot knallhart überlebt tot ne nicht tot nein geh nicht an die Kante jetzt rollt er wieder ach der hat eine schwere Armbus und dann wahrscheinlich noch Autobloch ja und dann geht das klar ich muss mich immer wieder daran erinnern dass das hier eine Fangquest ist da pustet grad wieder jemand ein Horn und erhöht unsere Defense was aber nur einmal klappt nur so zu ernten nö das geht auch öfter du kannst aber nicht jetzt tausendmal ins Horn blasen und hast dann eine Verteidigung von irgendwie keine Ahnung 20.000 oder so es geht halt nicht stehst du es geht nicht ja aber ich glaub von vorhin war ich schon wieder weg oder so ja jo da ich hab Sterne auf dem Kopf ich hab Sterne auf dem Kopf aua shit Gunner ich kann mit einer Gunn nicht umgehen das geht gar nicht doch schon aber nur leichte schwere sind kacke genau Gewehrlanzen sind lustig Lanzen sind scheiße Gewehrlanzen ich kann mir darunter gar nichts vorstellen doch das ist cool was soll das sein das sind Lanzen mit denen kannst du halt schießen und am besten ist Vivanfeuer da drückst du nämlich da oben die R-Taste weißt du ja und dann noch die X und die A-Taste gleichzeitig aha dann lädt der so aus du musst es jetzt die ganze Zeit auf meinen Controller gucken weil du und dann macht das das fetzt richtig rein ah ja okay das merken wir uns das ist richtig Gewehrlanzen sind toll ich verstehe auch nicht warum sie hier keinen Bogengrund haben ja weil das hier ist irgendwie ich weiß nicht das Monster Hunter hier ist irgendwie so an das das war jetzt scheiße mach nichts weil ich bin gerade eben bei Diablos zu einer Vergangenheit also komm wobei Diablos ist auch tausendmal schwieriger ich meine ich kann den Ura gar nicht ich kann den echt nicht mein Handy ist genauso groß wie dein naja nicht ganz oh scheiße da ist noch einer gestorben bäh okay jetzt ist jetzt ist die Aufnahme im Arsch so auf ein neues so okay hier sind wir wieder gerade eben ist unsere Aufnahme abgekackt nach einem Bild riesigen er war mir lebt aber wir haben es gemerkt und haben was bei ihnen getan sind wenn ich jetzt wieder Partei ja genau und das ist scheiße aber grad sind zwei leutschern und sucht ich glaube ich muss nachher den Rechner auf jeden Fall mal Neustart mal wenn uns das nachher nochmal passiert das wäre schlecht ja genau wir sind vorhin zweimal gestorben das ist nicht gut also wir einmal und andere einmal nicht wir zweimal und wir haben jetzt die ganze Zeit nur nützlos im Camp rumgehangen weil ich glaube dass wir die Christen schaffen irgendwie sagt man so mein mein Bauch schmiertes falsch gegangen n du musst die Kanto ich weiß nicht wie du wieso du grad da gehören bist so also wir versuchen jetzt mal zu retten was zu retten ist so was sowohl die Quest angeht als auch den Part ja und irgendwie stört sich das weiße Ding der nicht verpackt haben ist hä? haben dann weißes Ding am Bildschirm ach die Maus? Stört's nicht, ne? ne, stört's nicht, ne? hast du ganz so ein kack Pixel da drin jetzt hast du gesagt, das habe ich ja auch gesehen, ich habe es vorher gar nicht gesehen egal ist nur eine Maus jetzt geht's weiter also die Leute hier haben schon geschrieben, ja, Aufnahme abgekackt, na egal, Hauptsache auch nur hier Fun also ich glaube den Leuten ist das gar nicht so wichtig im Video zu sein den ist das viel wichtiger mal ein bisschen, äh, mit dem Spiel zu zocken ähm, Dennis ich glaube dein Fun-Kuchen ist fertig Fun-Kuchen? Fun-Kuchen? ich, 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 es, es, es gibt ja Fun-Kuchen für dich ich weiß nein wollte ich nur gesagt haben Ja, wir sind auch nur mit dem Timer. Ja. Du brauchst ja jetzt nicht die ganze Zeit draufzupacken. Doch. Warum? Da raffst du nicht. Ach, du grad. Dann zentriert dich auf das Spiel. Ja, kein Netzverbindung. Leck mich. Ja, das mit dem kein Netz, das kommt schon mal vor. So, und jetzt stell dich nämlich auf sieben Minuten, weißt du. Verstanden? Ja. Toll, toll gemacht. Ja, das hat's kill. Anstatt einfach auf- oder abzurunden. Naja. Ich hab gewartet, bis es so ungefähr vier Minuten war. Wusch. Autsch. Ich roll dich schnell ab, sonst gehen wir sterben. Ja, ich weiß. Ich wusste gar nicht, dass Jen Moran mal was mit Wasser zu tun hat. Ich auch nicht, aber... Er hat ein Wasserhammer. Ja. Was irgendwie nicht gerade logisch ist, aber egal. Ja, das verstehe ich jetzt nicht. So, jetzt wollen wir aber mal hier... jetzt diesen Vieh zeigen. Fuck, 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 fuck. Stand in die Fresse. Ne, in den Rücken. Okay, wir dürfen nicht nochmal sterben. Das ist das Problem Das ist immer das lustige Offline nur dreimal sterben, online nur dreimal sterben Und dann Haben wir ein Problem Das nervt jetzt Dieser Staubsauger Ich werde es mit meinem Wunderschönen Gesang überbrücken Mein Name ist Captain Cook Jetzt kommt der Scheiß schon wieder Und jetzt Mann ließ ich Ihnen Einen Oh, Bass Ihr habt euch gehört Mit B Ein Oh, Bass muss ich Also richtig schön viel Bass und dann So, Alter Mann, ich hasse Blitzbomben Der einzige dabei geblitzt wird bin ich, weil ich seh da im Moment nix Flashback Gemalt Applaus Du brennst trotzdem Ja, ist mir egal Ich hab das geringere Übel gewählt Jump, 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 jump Halleluja, wenn der jetzt rollt, bist du tot Das ist ein Funkquest Ja, ist es Schlangschwert Oh, ja, das brennt ein bisschen Ja, ne, ich mein, das muss doch für den so voll erholt sein Ich mein, der rollt teilweise durch Lava Und dann müssen voll voll, ne? Und so ein bisschen Feuer muss doch eigentlich für den so voll gut tun Das muss sein, wie wenn man dich mit Geld bewirft Ja, ho, ho Denkst du ja auch, oh ja, kannst du endlich wieder mal was Neues kaufen, weil Hartz IV ist ja nicht so viel Genau Ich will jetzt mal gerne hier den Tail abkacken. Geht das überhaupt? Ja, klar geht das. Aber nicht mit einem Feuerlangen. Jetzt komm. Mit Elan. Jetzt mach voll Elan. Ich mach die ganze Zeit irgendwie gar keinen Elan. This is Sparta. Oh nochmal, komm. Sofort wieder Elan. Auf den kleinen Hoden. Scheiße, Mann. Genau runter durch. Jetzt hast du roten Elan, ne? Ne, hab ich nicht. Doch, hab ich. Wie so mein Leben? Ganz gut. Oh, und wir können cap'n. Das ist... Warte, warte, ich schreib's, ich schreib's, ich schreib's. So, cap. Ja, cap. Glaubst du, die Leute sind blind? Mal ganz ehrlich. Sie spielen Monster Hunter Try. Und sie haben eine Wii. Wären sie nicht blind, hätten sie sich damals eine PS3 gekauft. Ja. Haben sich ein bisschen vergriffen so. Ne, äh. Die sind... Spaß. Nicht blind, weil... Die haben auf den Preis geguckt. Ja. Los, werde ich die Falle, werde ich die Falle. Mach deine Blitzbomben breit. Deine... Bräugungs... Bräugungsbomben. Also, wir fangen wieder an mit... A good game. Good job. Und mit unserer Group fucking Party. Ahaha. 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 Jetzt weiß ich, also, es heißt. Jetzt weiß ich, was die ESP-Torce heißt. Hab's rech. So, und... Ho. Wir sind ja voll gut in der Zeit aufgeworfen. Ja, du hast vier Minuten irgendwas gebraucht. Plus, äh... vorab also FF du bist unter 15 Bekst Dankeschön damals schiebt jetzt die Hand und das ist ja auch ein Kuck geschüttelt ja und ich habe das nicht gesehen so ausgesetzt ich mich hin was ja immer mit Erholgeschwindigkeit plus 2 und keine negativ das ist gut leider keine Rekord kein Jäger Rang Aufstieg unsere letzten drei Monster waren neuer Rekord Diablos Barriott Uragaran alles super alles mega so und das war es dann auch für heute wir hoffen ihr hattet großen Spaß wenn es euch gefallen hat könnt ihr den Part ja so ein paar Daumen nach oben geben wenn es euch nicht gefallen hat gebt einen Daumen runter und schreibt in die Kommentare was euch nicht gefallen hat und wo ihr wohnt dann komme ich zu euch vorbei und vielleicht zu den Favoriten hinzufügen wenn ihr diese Videos am liebsten 100 mal sehen wollt und ihr müsst uns auf jeden Fall abonnieren damit ihr immer auf dem neuesten Stand bleibt und immer wisst was passiert wie es passiert immer mit uns in Kontakt bleiben könnt also wir verabschieden uns dann schon mal im Video und sagen dann Tschö mit Öl und Adios Amigos 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 Amigos